so jetzt haben wir hier ein z4 30 liter z4 ist einer der geilsten autos also meiner meinung nach so hier kranke felgen auf jeden fall nicht nur sagen wir geben uns das video noch auf alle das ganze in dubai krank also der arsch von hinten krank der breitbau das sind bestimmt zwölf oder 13 j felgen die endro blenden gehen hier so ein bisschen nach oben das stört mich ein bisschen sonst sehr geil was ich an diesem auto sogar finden die rückleuchten und dann hier die spoiler lippe krass also z4 ist krass so was wir haben in der car so far and i found the white body place and what i trying to do here is just accentuate was für ein white body the bmw z4 is already quite a white car so i just wanted to add a little bit more to that booty i've added carbon fiber pieces so we've got a custom three piece ducktail we've got a diffuser and also a front lip okay we've got alpha male performance wheels on the car and what i wanted to do with the wheels is go for something really really crazy and because it really sets off the white body look krank also schreibt mir in die kommentare was ihr von dem fahrzeug haltet zu krank so what these are these are retrofit wheels and they're three piece sports with a step lift and we've also got a brush lift as well ich weiß gar nicht was die gerade so kosten müsste man mal schauen weil däger krankes auto also got air access suspension on the car so i can make sure i can navigate around the big speed bumps in dubai so it's got a actually wireless remote so i can slam the car and make it rise just as i want to i've also got a varix mepler on the car by x-force what this allows me to do is to make the tone of the exhaust a little more basic if i need to via remote and i can also quieten it down if need be i totally stripped out the interior on the car and it used to be a horror the rear is geil vor allem sehr sehr gepflegt sieht echt gut aus das einzige was mich an dem auto stört ist aber minimal das minimalste was man bemängeln kann sind die scheinwerfer die sind nicht so zeitlos sind ein bisschen ich weiß nicht also däger wer hat das designt mal wieder hier wisst ihr was ich mein was ist das was ist das naja egal da Bis zum nächsten Mal. Ganz ehrlich, krank, wie der hier so dasteht. Krank. Krankes Auto. Krankes Auto. Also, hat auf jeden Fall mein Like verdient. Petrol Hat.